Was hat mich am meisten beeindruckt, dass man sich hier nicht beim Zahnarzt fühlt? Es ist keinerlei Geruch oder Töne vom Zahnarzt zu hören, wenn man bedenkt, im Wartezimmer normalerweise der Patient vor einem wird gebohrt, heul schreit. Und genau das ganze Problem hat man hier nicht. Außerdem ist die Einrichtung unwahrscheinlich schön gemacht und entspricht in keinster Art und Weise einem Krankenhaus oder einer Klinik.